Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in dem Video zeige ich euch wie immer den neuen Fortnite-Shop. Falls ihr also neu hier auf meinem Kanal seid, lasst unbedingt ein Abo da, gebt dem Video einen Daumen nach oben und tagt Snoxy als Creator im Fortnite-Shop ein. Snoxy, mein Kanal und ein kleines I ans Ende dran. Und in 5 Sekunden kommt schon der neue Fortnite-Shop, heute also wieder eine Live-Reaction. Und mal schauen, was wir heute reinbekommen. Oh, pfff. Das ist ja relativ enttäuschend. Okay, der Halunke ist ein ziemlich nicer Skin. Denn ansonsten, jetzt nichts Neues, nichts groß Spannendes drin. Ähm, ja, ich würde sagen, ein okay Shop. Ja, ist okay. Fangen wir aber, wie immer, auf der linken Seite an. Ich warte nur kurz auf den ersten Skin, und zwar auf den Schneefuß für 1500 V-Bucks. Ich habe ihn mir zwar gekauft, aber ich muss ehrlich sein, ich habe den Skin relativ selten gespielt. Den Backpack finde ich ganz nice, aber ansonsten, weiß ich nicht. Ich würde den, glaube ich, jetzt nicht groß empfehlen. Dann haben wir noch den weiblichen Skin drin, auch den habe ich mir geholt. Schneeschlag, ähm, für die gilt eigentlich das gleiche. Obwohl ich sagen muss, dass ich den Backpack ein bisschen geiler finde, diesen, ähm, dieses Schwert hier. Das schaut schon ziemlich cool aus und kann man auch echt gut zu vielen Skins verwenden. Also, ähm, ja, ich würde wahrscheinlich eher den weiblichen Skin holen. Dann haben wir noch die Hacke dazu, mit diesem Sound. Und dann noch den Gleiter, Schneeschnitt, sogar mit so ein paar animierten Sachen und einem Partikel-Effekt hinten dran. Ähm, ja, würde ich sagen, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann haben wir im nächsten Slot den Vertex-Skin drin. Ähm, leider ein relativ enttäuschender Skin, muss ich ehrlich zugeben, denn für 2000 V-Bucks habe ich den echt extrem wenig gespielt. Ich glaube, die Spielzeit mit diesem Skin bei mir beträgt vielleicht so unter 10 Minuten. Und ich habe den Skin jetzt schon einige Seasons, der ist hier schon etwas älter inzwischen. Und ich habe den Skin leider extrem wenig gespielt. Ich weiß nicht, irgendwie hat der mir dann doch nicht so gefallen. Ähm, obwohl er so futuristisch echt cool ausschaut. Aber irgendwie passt das nicht ganz so in Fortnite rein, ich weiß auch nicht. Also, mein Fall war es jetzt nicht. Vielleicht, ja, gefällt es ja jedem anderen. Das muss ja jeder selbst entscheiden. Die Hacke dazu ist aber auf jeden Fall ganz nice. Hat auch so einen Leuchteffekt hier dran. So Blitze, genauso wie auch der Gleiter. Genau, der hat hier hinten auch so Blitze. Das schaut auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ähm, ja, die kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Dann kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Dort haben wir erstmal einen Skin drin, den ich sehr feier. Und zwar den Halunken. Ein bisschen weniger als die Gaunerin, also als den weiblichen Skin. Aber auch der männliche Skin ist auf jeden Fall sehr, sehr cool mit seinem Tresor hier auf dem Rücken. Dann haben wir noch den Chrom Skin drin. Den kann ich leider gar nicht empfehlen. Ich finde immer noch die Idee von diesen Roboter-Skins echt cool. Aber dieses Outfit ist einfach so unglaublich hässlich. Dieses gestreifte Shirt hier, what the fuck, das macht den ganzen Skin kaputt. Also, wenn man dem ein graues oder ein, keine Ahnung, ein weißes Shirt gegeben hätte. Oder meinetwegen wie die Handschuhe hier, in dieser grauen Farbe. Das hätte einfach so nice ausgeschaut. So ist es leider echt billig. Also, ähm, ja, gefällt mir leider so eher nicht. Dann haben wir noch auf großem Fuße. Ja, mit einer coolen Musik. Dann noch den Breakdancing-Mode für 800 V-Works. Auch der war, glaube ich, schon länger jetzt nicht mehr im Shop. Ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Dance. Und dann noch den Süßkernleiter habe ich mir immer noch nicht geholt. Der kommt unendlich oft in den Shop rein. Ähm, ich glaube, Fortnite will einfach, dass ich den kaufe. Aber bisher hat er mich auch noch nicht so überzeugt. Ich glaube, das wäre auch wieder so ein Gleiter, den ich einfach nicht besonders häufig spielen würde. Und im letzten Slot haben wir dann noch den Eisbrecher. Ähm, ja, eine schöne kleine Hacke. Habe ich jetzt, glaube ich, auch schon bestimmt eine Million mal im Fortnite-Shop hier vorgestellt. Passt ziemlich gut zum Beispiel zum Raptor, der gestern drin war. Oder auch zu diesen ganzen Ice-Skins. Ähm, ja, da kann ich also dafür auf jeden Fall empfehlen. Und im Grunde, das war es dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, falls ihr neu seid, lasst unbedingt ein Abo da, um mir keine neuen Skins mehr zu verpassen. Ich lade das wirklich jeden Morgen hoch. Also unbedingt ein Abo dalassen und auch die Glocke aktivieren. Denn dann bekommt ihr jeden Morgen eine Benachrichtigung, was so Neues im Shop drin ist. Lohnt sich also. Und, äh, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wie gesagt, tragt gerne Snogs hier als Creator hier im Fortnite-Shop ein. Einfach Snogs hier eintragen, kann man groß und klein schreiben. Das ist vollkommen egal. Einfach hier eintragen. Alle 14 Tage muss man das neu eintragen. Also schaut gerne mal nach. Und, äh, zum Thema Schauen habe ich euch noch ein Video auf die Endkarte hier verlinkt. Ähm, das könnt ihr euch gerne anschauen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Da geht es um ein cooles Update, was jetzt kommen wird, wo ich noch ein paar Hintergrundinfos gegeben habe. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt, klickt gerne mal hier drauf. Und, äh, dann würde ich sagen, hören wir uns dort. Tschüss!